Wolf Kaiser war ein deutscher Theater- und Filmschauspieler. Leben Kaiser wuchs in der Schweiz auf, da seine Familie 1920 nach Basel gezogen war, wo sich sein Vater, ein Galvaniseur, bessere Verdienstmöglichkeiten erhoffte. 1937 kehrte er nach Frankfurt zurück, wo er Chemie und Physiologie studierte. Nachdem er 1937 aufgrund eines Lungenrisses als dienstunfähig aus der Wehrmacht entlassen wurde, ging er nach Berlin und nahm dort 1939 bis 1941 Schauspielunterricht bei Margarete Wellhöner und an der Schule Reimann. Sein Bühnendebüt gab er 1941 am Stadttheater Iglau, worauf von 1942 bis 1945 ein Engagement an der Volksbühne Berlin unter Eugen Klöpfer folgte. Nach Engagements in Frankfurt am Main, München und am Schauspielhaus in Leipzig kehrte Kaiser 1950 nach Berlin zurück, wo Berthold Brecht ihn am Deutschen Theater entdeckte und für das Berliner Ensemble verpflichtete. Bis 1967 blieb Kaiser am Berliner Ensemble und zählte aufgrund seiner künstlerischen Leistungen bald zu den bedeutenden Schauspielern der deutschen Theaterlandschaft. Mit Auslandsgastspielen gelang es ihm, auch bei internationalem Publikum Anerkennung zu erlangen. Seine Darstellung des Mackie Messer in der Drei-Groschen-Oper war legendär. 1965 erhielt Kaiser den Nationalpreis der DDR und wurde zwei Jahre später an der Volksbühne engagiert. Ab 1969 konzentrierte er sich hauptsächlich auf die Tätigkeit vor der Kamera und gehörte bis 1990 dem Schauspielerensemble beim Fernsehen der DDR an. Doch auch vorher schon, zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges und danach, war Kaiser im Film tätig. Bekannt wurde er durch die Mitwirkung in Filmen wie Das tapfere Schneiderlein, Kabale und Liebe, Das Stacheltier, Das blaue Zimmer, Kleiner Mann, Was nun? und Ursula. Die erste Hauptrolle verkörperte er 1956 als Heiratsschwindler Maurice Dauriknak in den Millionen der Yvette. Für die Darstellung des Meister Falk in Benito Wogatzkis Fernsehspielen Die Geduld der Kühnen, Zeit ist Glück und die Zeichen der ersten wurde Kaiser mit zwei Nationalpreisen der DDR ausgezeichnet. Nachdem er sich Mitte der 1970er Jahre in die Schweiz zurückzog und dort sowohl im Fernsehen als auch auf der Bühne gastierte, spielte er seine letzte große Rolle 1981 als Casanova in Casanova auf Schloss DUX. Kaiser war im Fernsehen der DDR stets präsent. Nach langer Krankheit und aufgrund der mit den Veränderungen nach 1989 vor sich gehenden sozialen Verhältnisse beendete er vier Tage vor seinem 76. Geburtstag im Oktober 1992 sein Leben durch Suizid, indem er aus dem Fenster seiner Berliner Wohnung sprang. Sein schriftlicher Nachlass befindet sich im Archiv der Akademie der Künste in Berlin. Auszeichnungen 1961, Kunstpreis der DDR 1965, Nationalpreis der DDR II. Klasse 1967, National Nationalpreis der DDR III. Klasse für Geduld der Kühnen im Kollektiv 1968, Nationalpreis der DDR I. Klasse für Zeit ist Glück im Kollektiv 1977, Vaterländischer Verdienstorden in Silber 1981, Vaterländischer Verdienstorden in Gold 1986, Ehrenspange zum Vaterländischen Verdienstorden 1980, Colorado, Nachdruck 2019, Nationalpreis der DDR II. Klasse für Geduld der DDR5-Ferror-Ländischen Verdienstorden in Gold. Untertitelung des ZDF, 2020